Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem etwas ungewöhnlicheren Game, sag ich mal. Und zwar ist es Super Mario Battle Royale. Das Ganze ist online, wie ihr sehen könnt, es sind gerade 1126 Spieler online. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Play. Den Namen habe ich mir schon gegeben. Squad Code, kann man einfach Mimsy Gang eingeben? Ne, das geht nicht, das geht nur maximal drei Zeichen. Dann MG für Mimsy Gang, zwei Zeichen reichen auch. Doch, normalerweise würde das Game, ich drücke mal auf Go und dann laden wir in die Lobby. Normalerweise würde halt das Game Controller supporten, aber mein Xbox Controller nimmt der irgendwie nicht an. Ich habe keinen Plan, warum. Oder aber let's go, würde ich sagen. So, Welt 5.1, Game starts in 3 seconds. Let's go. Mein Mario Skills Bruder Easy Battle Royale Winner. Kappa. Ah, so. Ja, Bruder. Wir sind weit gekommen. So, neue Runde, neues Glück. Ich hoffe, dieses Mal, ne, falle ich alle weg, aber ich bezweifle es. Ich bin halt Mario technisch nicht allzu skilled. Okay, Welt 1 von 1. Was sollten wir noch rennen kriegen? Da sollten wir länger als 5 Sekunden überleben. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wenn ihr das Game übrigens auch zocken möchtet. Oh, geil, richtig geiler Start. Da war ein Pilz, fuck it. YOLO. Ja, wir haben den Pilz bekommen, was auch immer der macht. Ich habe keine Ahnung. Renn durch. Renn durch. Yes. Nein. Aber ja, wenn ihr das Game auch zocken möchtet. Link ist in der Beschreibung. Oh Gott. Ja, wir fangen dann wahrscheinlich komplett von vorne an, wenn man stirbt. So. Noch 29 Player remaining. Hier ist auch einer. Krass scheiß. Also der legt ja überhaupt nicht Cappuccino. So, come on, easy. Es war in diesem Moment. Mimsy knew he fucked up. Die. Ja, gut. So, let's go. Oh, das ist ein Cass Level. Ich wäre fast draufgegangen. Habt ihr das gesehen? Ich weiß, man kann nur schwer erkennen, wer wo was ist. Jemand hat diese Shell ausgelöst und wir sind da dran gestorben. Mann, 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 Mann. Okay, whatever. Let's go. Play now. Go. Oh, die Lobby ist so gut wie voll. Let's go, Alter. Hit this block when you are ready. Ah, okay. Wenn die meisten, also von 80% der Spieler in dieser Lobby diesen Block berühren, dann geht das Spiel los. 6 von 1. Ey, einmal müssen wir das doch durch Ziel schaffen, oder? Also wirklich einmal, ein einziges Mal ins Ziel, egal ob wir von mir aus letzter werden, oder auch nicht. Ich versuche jetzt einfach nur ins Ziel zu. Moment. Ich glaube, wir haben den Lobby-Screen viel öfter als Gameplay-Screen. Habe ich so das Gefühl, aber wir sind richtig gut dabei, aber wir sind richtig gut dabei, aber man muss halt vorne mitrennen, damit man nicht getroffen wird. Und wir sind zweiter... Nein! Der eine hat uns geblockt. Beziehungsweise, man kann sich ja nicht blocken. Ich glaube, der Block oben, wo wir gerade raufgesprungen sind, der hat uns einfach gekockblockt. Oh, man. Ich werde nur laufen. By the way, da stand 76 Spielern von 75. The same. 3 von 1. Okay. Let's fucking go, Bruder. Let's go. So, ich werde nicht sprinten. Ich werde nur mal laufen. So. Das war Klaus. Das war Klaus. Hier müssen wir warten. Warten. Ja. Nein. Geil. Lobby-Simulator, Junge. Man kennt ihn. Meist sind Tode, an denen wir sterben. Die sind nicht mal durch uns verursacht. Die sind einfach verursacht, weil Leute die Shells auslösen. Und Spieler, die halt ein bisschen weiter hinten sind, die werden dann einfach, ähm, destroyen, ne? Dementsprechend. Wow. Da wollen wir nicht rauf. So, wir müssen jetzt Ausschau halten nach Shells. Ja, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Wenn wir uns aber irgendwo hinten bewegen, sag ich mal, der Typ ist groß, der hat einen Pilz bekommen. Ja, lucky ihn. Wir haben ein Ziel geschafft. Yes. Yes. Ach so, das geht immer dann ins nächste Level. Ah, bis halt der Letzte übrig bleibt. Das heißt, es kann, glaube ich, scheißegal sein, wie lange man braucht, oder? Direkt vor uns wieder die Fahne. Wir geben einfach normal gechillt Gas. Ich komme dann dadurch ins zweite Level. Ah, wir können die Blöcke halt nicht kaputt machen. Kommen wir hier raus. Come on, geh weg. Yes. Irrenhaft, 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 irrenhaft. Yes. Und nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. So, ach, man spawnt einfach. Ich dachte, man muss da noch die Ranke hochlaufen. Nee, können wir hier durchlaufen? Ich weiß es nicht. Ich warte mal auf das Dingens. Nee. Wir müssen hier einfach runterjumpen. Wow. Okay. Let's go. Come on. Drei von eins. Come on. Come on. Kann doch nicht so schwer sein, ein Level zu finishen, oder? Ich meine... So... Dumm kann man sich doch nicht anstellen, ein Level... Ich... Hahahaha. Man. Ist das ätzend, Alter. So, komm. Last try. Uncut. Last try. Uncut. Let's fucking go. So, ich werde in diesem Game noch eine Menge üben müssen. Manchmal sind halt die Controls nicht zu 100% da. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es am Ping liegt. Man muss hier zu irgendeinem Server connecten, wenn dann so viele Spieler drauf sind. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber manchmal fühlt sich das so an, als ob man irgendwie nicht pixelperfekt springen würde, so mit Zero Input Lag. Aber das sollte uns nicht daran hindern, dass wir endlich mal in die Top 10 kommen sollten. Unser bisheriger Progress, sag ich mal, das Beste, was wir geschafft haben, war Top 15, ne? Ich meine, ja. So, ob wir jetzt irgendwie mit den anderen Compeden vorne oder nicht, ist, glaube ich, erstmal egal. Top 10 ist unser Ziel. So, die erste Welt haben wir beendet. Bam, goldene Flagge. 44 Spieler remaining. Das ist eine Menge. Wird aber wahrscheinlich gleich droppen. Ja, 41 sieht man schon. So, ich warte hier, weil ich weiß, dass da was drauf... Ne, ich dachte, da würde was rauskommen. Hier kommt aber was raus, oder? Ne. Kommt da was raus? Ne. Da kam was raus. Hier kam nichts raus. Da kam was raus. Und oben nochmal. Ich werde oben nicht lang gehen, wie beim letzten Mal. Einfach aus dem Grund, da wir dann in so einen Pilz reingesprungen sind. What? Der ist da gerade durch diesen Pilz durchgelaufen. Durch diesen Stachli, sag ich mal. Oder was auch immer das da symbolisieren soll als Gegner. Gut, ich dachte gerade, wir wären so weit hinten, dass wir mega lost sind. Aber das funktioniert schon. Nein! Top 15 wieder. Oh. Aber das meinte ich mit diesem Input. Ich habe schon aufgehört, nach vorne zu drücken. Aber ey. Was soll's. Das Game macht auf jeden Fall richtig Bock, wenn ihr es auch spielen möchtet. Link ist in der Beschreibung. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Wenn ihr es ausprobiert habt. Und gerne danach einen Kommentar abgeben möchtet. Weil ihr erst eine Meinung für euch selbst bilden möchtet dann. Alles in die Kommentare damit. Also, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr, lasst einen Daumen hoch um das Support's Come On, Leute. Und wenn ihr noch auf dem Kanal seid, abonniert doch meinen Kanal. Würde mich riesig freuen. Und dann, sag ich, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Also, macht's gut. Ich bin raus. Peace. 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 Peace.